Erlebe den Sport Wir wissen ja, der Sport bietet eine vielfältige Erlebniswelt im Verein, gerade für die Jugend und im Fokus steht immer wieder der fachliche Aspekt grundsätzlich und der überfachliche, der wird ja klein gehalten oder nicht so präsentiert wie der fachliche Aspekt. Deswegen war es uns wichtig, dieses Motto aufzunehmen, die Erlebnisse zu zeigen, die Kinder und Jugendlichen dahingehend zu motivieren, auch diese Erlebnisse nach außen zu tragen. Das war uns einer der wichtigsten Punkte. Und schauen wir in die Vereine rein. Was muss ein Verein heutzutage bieten, damit er für Jugendliche attraktiv ist und dass diese dort Erlebnisse erfahren können? Natürlich die Möglichkeiten der Mitbestimmung, gerade für die Kinder und Jugendlichen, ist zu uns sehr wichtig und sollte ein Verein auch bieten. Da gibt es zigfache Möglichkeiten über den eigentlichen Sport hinaus. Die überfachliche Jugendarbeit ist das, wo die Kinder und Jugendlichen sofort mit einsteigen können und sofort zeigen können, was sie im Sport erleben und wie sie es auch weiterhin in der Gemeinschaft erleben können. Das ist für uns ein absolut wichtiger Punkt. Und schon zur dritten Frage. Was sind denn die Ziele mit dem Jahresmotto Erlebe den Sport? Die Ziele, wie gerade eben schon mal kurz erwähnt, natürlich die Motivation, die Kinder und Jugendlichen entsprechend dahingehend zu bekommen, dass sie mitarbeiten. Da bietet die Sportjugend ja jede Menge an Fortbildungsmöglichkeiten an, auch für die Kinder und Jugendlichen. Zum anderen natürlich aber auch für den Verein selbst ganz klar zu sagen, ich muss meine Kinder und Jugendlichen mitgestalten lassen, damit ich über den eigentlichen fachlichen Sport hinaus zeigen kann, welche Erlebnisse ich in dem Sportverein haben kann. Vielen Dank, lieber Ralf. Das waren unsere drei Fragen zum Jahresmotto der Sportjugend Rheinland. Erlebe den Sport. Erlebe den Sport.